Hallo, mein Name ist Hansjörg Kutterer. Ich bin Präsident des DVW e.V., Gesellschaft für Geodessie, Geoinformation und Landmanagement. Der DVW ist der Berufsverband Nummer 1 für Geodätinnen und Geodäten in Deutschland. Wir kümmern uns um Geodessie, Geoinformation und Landmanagement in Forschung, Lehre und Praxis. Unseren Mitgliedern bieten wir ein hervorragendes berufliches Netzwerk, national und international sowie vielfältige fachliche Weiterbildungsmöglichkeiten. Mit der Intergeo veranstalten wir die weltweit größte Konferenzmesse für Geodessie, Geoinformation und Landmanagement. In unseren sieben Arbeitskreisen befassen wir uns mit fachlich relevanten Fragestellungen, wissenschaftlich fundiert, anwendungsorientiert und stets auf der Höhe der Zeit. Unsere Fachtagungen und Seminare sind sehr gut nachgefragt. Unsere Fachzeitschrift ZFV und die DVW-Schriftenreihe sind hoch angesehen. Zu übergeordneten Themen unseres Faches beziehen wir Kompetenzstellung, oft gemeinsam mit unseren Schwesterverbänden. Die Werbung für den Berufsnachwuchs ist uns dabei ein besonderes Anliegen. Bereits über 7000 Mitglieder schätzen die vielfältigen Vorteile einer Mitgliedschaft im DVW.